Oh, die wird erobert irgendwie, von wem. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ja, ich lauf mal los. Ja, ich lauf mal los. Bisschen mehr Motivation, bitte. Ja, sorry, ich bin hier am Spawn. Wie einfach überall so brennende Panzer sind und die Gegner einfach nur in ihrer dummen Base. Ich hab nen Panzer, ich glaub ich haut C4 drauf. Alter, Alter, was, ah, Alter, das war grad so ein geiler Schuss. Ah, Mann, das ist ja wieder, was gut, BF3, kann einfach nur Lack sein.